Hallo meine Lieben, willkommen zum letzten Video von mir auf diesem Kanal. Keine Sorge, ich mache natürlich weiterhin Videos, aber dieser Kanal wird jetzt stillgelegt. Ich habe wirklich lange überlegt, ja, ich bin zu meinem Schluss gekommen, dass ich mein Baby hier, ja, ich muss es aufgeben. Warum lege ich diesen Kanal still? Weil ich festgestellt habe, also ich habe diesen Kanal ja schon seit, ja, mittlerweile 10 Jahren. Und anfangs habe ich natürlich noch ganz, ganz andere Videos gemacht. Viele Abonnenten haben mich gleich am Anfang abonniert. Ganz, ganz viele davon sind mittlerweile auch einfach inaktive Accounts, die nicht mal mehr meine Videos schauen oder kommentieren oder, ja, die vielleicht gar nicht mehr benutzt werden. Und deswegen habe ich schon seit Jahren das Problem, dass es auf meinem Kanal einfach nicht weitergeht. Mein Kanal wächst nicht mehr, der Algorithmus zeigt meine Videos nicht an. Ähm, ja, und ich brauche einfach ein bisschen mehr Community Engagement. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, dass das hier mein letztes Video auf diesem Kanal sein wird und ich einen neuen Kanal erstelle. Wenn ihr weiterhin dabei sein wollt und kein Video von mir verpassen wollt, dann abonniert diesen neuen Kanal sehr, sehr gerne. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mitkommt und weiterhin auf dieser Reise mit dabei seid. Ähm, ich habe auch ganz viele coole Videos geplant. Ich verlinke ihn euch einmal in der Infobox oben. Ich kann ihn euch auch nochmal hier irgendwo verlinken. Und von mir aus verlinke ich ihn auch in der Videobeschreibung unten. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den neuen Kanal abonniert, damit ihr weiterhin Videos von mir schaut und weiterhin mit dabei seid. Und ich hoffe, dass der neue Kanal ein bisschen besser wächst als dieser hier. Manchmal ist ein Refresh in Neustadt einfach gut und an dieser Stelle muss das halt einfach sein. Genau. Dann war es das mit diesem Kanal. Ähm, für alle, die nicht mitkommen wollen, es war eine schöne Zeit mit euch. Und, ja, da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video auf meinem neuen Kanal. Bye! 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 Bye!